Hallo Leute, wie ihr vielleicht noch wisst, habe ich im ersten Don't Starve Part erwähnt, dass ihr einen Key gewinnen könnt, beziehungsweise eben drei Keys, und diese gehen jetzt an FlutLP, Stubenhocker Pros und Xawel. Die Gewinner haben den Key jetzt schon via PM zugesendet bekommen. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!